Chronik des Irrsinns, der Mai 2024, von Claudio Casula. Der fünfte Monat des Jahres 2024 ist zu Ende gegangen, also das fünfte Zwölftel eines Irrsinns. Die mit dem Klammerbeutel Gepuderten erhöhen die Schlagzahl, der Chronist kommt kaum hinterher. Lesen Sie, staunen Sie. In der Nacht zum 1. Mai beginnen die traditionellen Proteste in Berlin. 16 Amazontransporter gehen in Flammen auf, auch Privatautos werden abgefackelt. Die revolutionär gestimmten Linksextremisten bekennen sich zum Verbrenner. Ansonsten dominiert weniger das Thema Arbeit als die Solidarität mit den Palästinensern, die von der Vernichtung Israels träumen. From the river to the sea. Insgesamt spricht die Polizei von einem friedlichen 1. Mai. Während der revolutionären 1. Mai-Demo in Berlin-Neukölln entrollt ein Rentner auf seinem Balkon die Bundesdienstflagge. Aus dem linksradikalen Block hört man Sprechchöre wie Nie, nie, nie wieder Faschismus. Einige strecken dem Mann den Stinkefinger entgegen. Später werden am Haus und auf dem Bürgersteig Kritzeleien wie Hier wohnt ein Nazi, erstes Obergeschoss gefunden und die Polizei ermittelt. Gegen den Rentner, wegen der Bundesflagge. Ist ja auch unerhört. Ein Marokkaner und ein Tunesier prügeln vor einem Kiosk in Paderborn einen 30-jährigen Deutschen zu Tode. Sie sind 17 und 18 Jahre alt. Das wird also glimpflich für sie ausgehen. Ein Frankfurter Lichtspieltheater, das den Film Golda, Israels eiserne Lady mit Helen Mirren in der Titelrolle zeigen wollte, sagt die Preview ohne Rücksprache mit den anderen Veranstaltern ab. Offenbar ist von Aktivisten Druck auf die Kinobetreiber ausgeübt worden. In einem Interview in der österreichischen Nachrichtensendung ZIB2 bezeichnet SPD-Chefin Saskia Esken die AfD als Nazi-Partei, die Plane, unsere Demokratie zu zerstören. Ist hier irgendwo ein Jurist? Ich meine, wegen öffentlicher Verharmlosung des Nationalsozialismus. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther spricht sich für einen offeneren Umgang seiner CDU mit der Linkspartei aus. Bodo Ramelow, der drei Jahre nicht wählen ließ, ist für ihn ein kluger Mensch, den ich schätze. So bereitet man also seine Wähler auf die Bildung einer nationalen Front in Thüringen vor. Annalena Baerbock hat im Monat mal wieder mehr als 11.000 Euro für Visagist und Friseur ausgegeben, beziehungsweise ausgeben lassen, liebe Steuerzahler, damit ihre Problemzone wenigstens äußerlich vorteilhaft ins Zähne gesetzt wird. Die Linke fordert eine Dönerpreisbremse. Nicht mehr als 4,90 Euro soll der Gammelfleischfladen künftig kosten dürfen. Der Staat, also wir, 3 Euro zuschießen. Macht bei 1,3 Milliarden Dönern im Jahr etwa 4 Milliarden Euro. Zudem sollen alle Bürger pro Woche einen Dönergutschein bekommen, mit dem sie für 5 Euro, Schüler 2,50 Euro, einen Döner erwerben können. Den Rest zahlt älter Staat. Die Faktenchecker der DPA sind einer ganz heißen Sache auf der Spur. Ein Satire-Account, der sich selbst Außenministerin Parody Annalena Baerbock nennt, ist gar nicht der echte Account von Annalena Baerbock, sondern gefälscht. Illustrierte Plakate in Kölner Bädern warnen vor Belästigung am oder im Schwimmbecken. Auf den Bildern sieht man hellhäutige Personen, die dunkelhäutigere schubsen oder begrapschen. Fast wie im richtigen Leben. Dazu passt die Meldung, dass die Berliner Bäderbetriebe dieses Jahr 2,5 Millionen Euro für Zäune, Videoüberwachung und Sicherheitspersonal ausgeben. Mehrere Angriffe auf Wahlkampfstände, Wahlhelfer und Lokalpolitiker der AfD, der SPD und der Grünen. In diesem Fall, wie die Watz schreibt und der WDR verschweigt, waren die Täter Araber. Irgendwie riecht's hier nach Weimar. Hurensohn, Arschloch, Spaß! Mit diesen Begriffen titulieren zwei Einmänner namens Emin J. und Mehmet A. einen 16-jährigen Schiedsrichter und schlagen auf ihn ein. Meldung aus der Rubrik täglich neu auszuhandelndes Zusammenleben. Durch die Atomakten in Bedrängnis geraten, hat Habeck erklärt, die AKW-Betreiber hätten ihm im Frühjahr 2022 gesagt, ein Weiterbetrieb sei nicht möglich, die Brennstäbe seien ausgelutscht. Nur, dass die beteiligten Firmen E.ON und Preußen Elektra nun widersprechen. Das W in Robert, wie auch in Karl, steht für Wahrheitsliebe. Der unter dem Pseudonym Don Alfonso für die Weltschreibende Rainer Mayer hat, ohne den Namen Robert Habeck zu nennen, nach Sichtung einiger Fotos bei X geschrieben, ein Wirtschaftsminister, der mit seiner äußeren Erscheinung in einer Ansammlung von Bahnhofsalkoholikern nicht negativ auffallen würde und sich dafür einen Strafantrag eingefangen, den Habeck persönlich unterschrieb. In erster Instanz hat Mayer verloren. Jetzt spricht die Strafkammer am Münchner Landgericht ihn in zweiter Instanz frei. Keine Beleidigung, sondern von der Meinungsfreiheit gedeckt. Mal sehen, ob sich jetzt der Zentralrat der Bahnhofsalkoholiker gegen Don Alfonso's Vergleich wehrt. Das Auswärtige Amt maßregelt Israel dafür, dass der katarische Sender Al Jazeera, der Hamas-Propaganda verbreitet, geschlossen wird. Was man eben so macht, wenn man gerade RT aus den gleichen Gründen, wegen Desinformation und Propaganda, verboten hat. So hält man's im Glashaus mit der Pressefreiheit. Watschen für Schwurbel, Professor, titelt die Taz. Na nun, hat da jemand was Richtiges über die Corona-Zeit gesagt und ist dafür bestraft worden? Tatsächlich! Dem Münchner Querdenker-Professor Michael Main wird das Gehalt um 10% gekürzt. Er ist Autor für eine Corona-Leugner-Zeitung. Auf das Kreuzberger Käseblatt ist eben immer Verlass. Karl Lauterbach findet, dass wir zu viel Fleisch essen, zu viel Auto fahren, zu viel reisen und zu viel konsumieren. Und weiß auch schon, was man dagegen tun kann. Zitat, ohne Einschränkung wird es nicht gehen. Zitat Ende. Nur, dass sie's schon mal wissen. Jeder Politiker, der was auf sich hält, will schon mal Morddrohungen erhalten haben. Lässt sich ja auch schlecht nachprüfen. Aktuell sind tätliche Angriffe, der neue heiße Scheiß. Da zählt man auch gern mal die Bauerndemo vor Habecks Fährschiff dazu. Einige Vorfälle gibt's natürlich. Betroffen sind Politiker der Grünen und Roten. Vor allem aber bei der AfD, die aber für die Verrohung des Klimas verantwortlich gemacht wird. Jetzt hat ein 74-jähriger Wirrkopf Franzi Giffey in einer Bibliothek einen Beutel über den Kopf gezogen. Und Nancy Faeser plant gleich neue Gesetze zum Schutz demokratischer Kräfte, zu denen sie die der am meisten attackierten Partei natürlich nicht zählt. Der Schutz der Bürger vor ausufernder Kriminalität ist eher nicht so ihr Thema. Ein Jahresgehalt von 137.000 Euro für eine Spitzenkraft, die mit Baerbock um die Welt fliegt und ihr nachts um zwei, wenn es sein muss, noch die Haare mit der Föhnbürste richtet und ihr Frischi ins Gesicht pudert, dürfte eher zu niedrig sein. Findet die Hofsängerin Kerstin Herrenkind vom Stern. Kurz zuvor stand Markus Lanz bei einer Veranstaltung mit Habeck auf der Bühne, pries diesen für seine Bodenständigkeit und Bescheidenheit und bezeichnete ihn als diesen Pragmatischen, diesen Gutaussehenden, diesen Kennediesken. Jetzt haben wir wirklich alles gelesen und gehört. In einer Beilage der Zeit plädiert eine Pfarrerin für die Abschaffung der Sonntagsmesse, die ohnehin kaum noch besucht werde, um einen beherzten Schlussstrich zu ziehen und Energie freizusetzen. Zum Beispiel für so tolle Vorhaben wie biblische Weinprobe, Jazzgottesdienst und feministisch-theologische Lesekreise. Warum nicht auch für ein Hostienwettessen? Alternativ könnte die Kirchen natürlich auch gleich mit den Grünen fusionieren und sich fortan ökomanisch nennen. Erdogan meint, Netanyahus Genozidmethoden würden heute selbst Hitler neidisch machen. Wie nannte El Presidente Steinmeier ihn kürzlich noch? Ach ja, einen werten Freund. Beim Eurovision Song Contest schafft der deutsche Moderator Thorsten Schorn die Welle des Hasses gegen die israelische Teilnehmerin Eden Golan nicht zu erwähnen, dafür aber das bizarre Argument der Protestler. Russland sei wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine ausgeschlossen worden, Israel aber nicht. Möglicherweise, weil die Hamas den Krieg begonnen hat. Thorsten, google mal 7. Oktober. Kevin Kühnert und Genossen treten in einem SPD-Wahlwerbespot auf. Genosse, wenn man nicht mal mehr einen Döner essen kann, ohne Angst zu haben, aufs Maul zu bekommen, dann ist höchste Zeit, Rechtsradikale aus den Parlamenten zu wählen. Kevin, denn ohne Scheiß, sie ertragen es nicht, dass wir mit einer anderen Meinung auf der Straße sind und daher greifen sie Leute wie uns an. Und auf dem Plakat steht, wir machen den Döner wieder 3 Euro. Walla, ich schwör. In diesen schwierigen Zeiten setzt der Bundestag ein Zeichen und erhöht die Bezüge der Abgeordneten um 635,50 Euro auf nunmehr 11.227,20 Euro. Der stärkste Zuwachs seit fast 28 Jahren. Warum? Weil er es kann. Dafür rangiert der Politikerberuf im Ansehen noch knapp vor Hundefängern und Darmfloristen. Auf der Grabstelle von Wolfgang Schäuble in Offenburg hat jemand ein etwa 1,20 Meter tiefes Loch ausgehoben. Offenbar glaubt da einer, dass der Koffer mit den 100.000 Mark von Waffenhändler Schreiber mitbestattet wurde. Stundenlange Massenschlägerei von 40 Personen bei der Eröffnung eines Freibades in Neubrandenburg. Massenschlägerei von etwa 60 Personen am Rande eines Kreisligaspiels in Essen. Auch Messer kommen zum Einsatz. Und auch in der berüchtigten Leipziger Eisenbahnstraße gehen Dutzende Einmänner mit brutaler Gewalt aufeinander los. Einer schlägt mit einer Machete zu. Jetzt gehört eben auch die Massenschlägerei zu Deutschland. Ein mit etwa 600 Passagieren besetzter ICE auf der Strecke zwischen Hamburg und Bremen bleibt nach einem technischen Defekt und einem Stromausfall auf freier Strecke stehen. Klimaanlagen und Toiletten funktionieren nicht mehr. Bei 25 Grad Außentemperatur und strahlendem Sonnenschein heizt sich der nahezu volle Zug auf. Obwohl man die Bahn kaum nüchtern ertragen kann, sind die nicht-alkoholischen Getränke aus dem Bordrestaurant als erstes alle. AfD-Politiker Höcke zu Geldstrafe verurteilt, meldet die FAZ schon um 8.52 Uhr, zehn Stunden vor der Urteilsverkündung. Ups. Um 11.23 Uhr bittet die Redaktion der früheren Zeitung für Deutschland um Entschuldigung. Man habe aus Versehen eine vorbereitete Meldung veröffentlicht. Das Gericht räumt nebenbei den juristischen Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten ab. Es hat eben keine Zweifel. Na schön, in Sachen Wirtschaftswachstum sind wir Schlusslicht in Europa. Aber hey, im Regenbogen-Ranking der rechtlichen und gesellschaftlichen Lage für LSBTIQ-Sternchen ist Deutschland jetzt auf Platz 8 in der EU. Jubel Sven Lehmann. Das Ziel muss sein, Top 5. Auf x-Twitter hat ein User die grüne Ministerin als dümmste Außenministerin der Welt bezeichnet und sich damit einen von Annalena Baerbock eigenhändig unterzeichneten Strafantrag eingefangen. Schade, dass vor Gericht nur die Frage geklärt wird, ob es sich um Beleidigung oder eine von der Meinungsfreiheit gedeckte Äußerung handelt und nicht darum, ob die anderen zwölf amtierenden Außenministerinnen wirklich intelligenter sind als Plapperlena. Okay, jetzt wird's eklig. Ein FDP-Kommunalpolitiker aus Baden-Württemberg, dessen Namen wir hier nicht nennen, weil der arme Tropf offenbar ein psychisches Problem hat, veröffentlicht im Internet Videos, die näher zu beschreiben in der Kronistliebe erspart. Er hat zwei Fotos gesehen und kriegt die Bilder jetzt nicht mehr aus seinem Kopf. Das kann doch alles nicht mehr wahr sein. Der slowakische Regierungschef Robert Fitzow ist von einem Attentäter niedergeschossen worden. Während er notoperiert wird, macht ihn der Spiegel für das politische Klima verantwortlich, in dem so etwas passieren konnte. Er habe dieses mit vergiftet. Fitzow ist nämlich kein typischer Linker, also selber schuld, wenn ihn jemand umlegen will. Den berüchtigten Aachener Friedenspreis erhalten dieses Jahr die unterkomplexen Omas gegen rechts. Die vom Chronisten gegründete NGO Opas gegen Omas gegen rechts geht natürlich leer aus. ARD-Korrespondentin Hanna Resch bringt es fertig in einer knapp sechsminütigen Schalte über die Nakba, Flucht und Vertreibung der Palästinenser 1948 zu reden, ohne den von den Arabern begonnenen Krieg gegen den neu gegründeten jüdischen Staat, der nun einmal ursächlich dafür war, auch nur zu erwähnen. Wir freuen uns schon drauf, wie sie demnächst vielleicht die Besetzung Berlins durch die Rote Armee schildert und dabei die Jahre 1939 bis 1944 weglässt. Mut zur Lücke! Unser Gruselkabinett hat schon 108 Anzeigen wegen Meinungsäußerungen im Internet erstattet. Anzeigen-Hauptmeisterin ist Nancy Faeser mit 51 Armutszeugnissen. In Worms geht ein Mann halbnackt und mit Holzlatte bewaffnet dreisprachig auf Passanten los. Bitch! Zertrümmert danach die Scheiben mehrerer Autos. Der Eritreer wird wenig später wieder auf freien Fuß gesetzt. NRW-Innenminister Herbert Reul, CDU, hat sich achtmal mit einem Anwalt getroffen, der Chef einer Schleuserbande gewesen sein soll und seit einigen Tagen in U-Haft sitzt. Reuls Landtagswahlkampf wurde im Jahr 2022 von diesem mit knapp 30.000 Euro unterstützt. Zum 75. Jahrestag des Grundgesetzes lässt Bild Politiker und Promis den Satz »Ich liebe Deutschland, weil« vervollständigen. Am denkwürdigsten ist Baerbocks Antwort »Weil Pommes Schranke auf dem Döner-Teller unschlagbar ist, weil uns unsere Vielfalt nicht nur am Imbissstand stärkt.« Olaf Scholz spricht der Islamischen Republik Iran und den Familien des bei einem Hubschrauberabsturz umgekommenen Präsidenten, des Außenministers und weiteren Glücksopfern sein Beileid aus. Mit stillem Gruß. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagt in der Bundespressekonferenz, »Natürlich werde man Israels Regierungschef Netanyahu verhaften, wenn er von den kranken Köpfen in Den Haag zur Fahndung ausgeschrieben werde und in Deutschland auftauche. Man halte sich an Recht und Gesetz.« Nancy Faeser sägt weiter an der Meinungsfreiheit. Statt das handfeste Gewaltproblem im Land anzugehen, will sie ein Gesetz gegen digitale Gewalt, ein privates Auskunftsverfahren und Vorratsdatenspeicherung. Die Verfolgung von Regierungskritikern hat unbedingte Priorität. Der Spiegel über Geflüchtete. Sie kommen wegen Gefahren für Leib und Leben oder weil sie politisch verfolgt werden. Und nicht wegen Bürgergeld, Kalifatsbestrebungen oder der Aussicht für kriminelles Verhalten kaum belangt zu werden. So. Die Bundesregierung veranstaltet ein dreitägiges Demokratiefest in Berlin zum 75. Jubiläum des Grundgesetzes, das sie selbst aushöhlt wie die Maulwurfsgrille den Rasen. Highlights? Livemusik, Poetry Slam Workshop, Aktionsfläche Sport, Escape Room und, Obacht, Insektenverkostung. Heimchen und Mehlwürmer als kulinarisches Erlebnis, das dem Blödvolk als proteinreiches Superfood verkauft wird. Ein Informationsangebot im Kontext nachhaltiger Ernährungssicherheit. Eat the Bugs! Georg Restle will Tomburo beerben und WDR-Intendant werden. Merke, schlimmer geht immer. Neuer Nazi-Skandal oder auch nicht. Ein Video macht die Runde, auf dem ein paar besoffene Rich-Kids mit hochgestelltem Polo-Shirtkragen und Kampenschnecke, Pulli über dem Rücken, vorne geknotet. Zu Pfingsten auf Sylt eine Party feiern. Einer deutet offensichtlich in Sektlaune ein Hitlerbärtchen an und singt zum L'amour toujours des italienischen DJs Gigi D'Agostino, Deutschland den deutschen Ausländer raus. Ein paar weitere stimmen mit ein. Sofort läuft die Wasserglas-Sturmabteilung zur Hochform auf, bringt ihre Bonzenschussgeräte in Stellung. Die Tagesschau berichtet um 20 Uhr. Politiker empören sich. Offenbar steht das Dritte Reich vor der Tür. Die Übeltäter werden umgehend ausfindig gemacht, unverpixelt gezeigt, aus ihren Jobs entlassen. Hätten sie mal lieber das Kalifat gefordert, dann wäre ihnen das nicht passiert. Israel-Hasser haben zwei Tage die Humboldt-Uni in Berlin besetzt, die Wände mit Parolen und dem roten Dreieck beschmiert, mit dem die Hamas ihre Gegner markiert. Präsidentin Julia von Blumenthal lässt sie gewähren, anstatt von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen. Zitat, wir werden keine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs stellen. Zitat Ende. Erst als der regierende Bürgermeister und die Wissenschaftssenatorin die Räumung des Instituts anordnen, tritt die Polizei in Erscheinung. Der Korruptivbüttel Justus von Daniels fordert bei X offen zur Denunziation auf. Leute sollen Vorfälle melden, wo Partygänger ebenfalls den Beat von Gigi D'Agostino mit dem schlimmen Texting. Er versteht sich übrigens als investigativer Journalist. Ob er zum Schein zum Islam konvertiert, geht ja auch ganz schnell, und dann in islamistischen Kreisen investigativ tätig wird, don't hold your breath. Ein 18 Jahre alter Deutsch-Türke wird festgenommen. Er wollte mit einem Komplizen einen oder mehrere Besucher der Heidelberger Synagoge mit einem Messer töten und sich dann von Einsatzkräften erschießen lassen. Der geplante Terroranschlag samt Märtyrer-Tod schafft es allerdings nicht in die Tagesschau. Die ist mit den Sylter-Schnöseln voll ausgelastet. Die Frage, warum man die unverpixelt gezeigt hat, beantwortet der WDR übrigens wie folgt. Es habe sich um ein zeitgeschichtliches Ereignis gehandelt. In einem Video sagt die grünen Abgeordnete Jamila Schäfer mit Blick auf ein AfD-Wahlplakat mit der Forderung Mädchen und Frauen schützen. Zitat, Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich als junge Frau ja abends im Bundestag eher mehr Angst vor der AfD habe. Zitat Ende. Jetzt begegne sie nämlich auf den Fluren des Parlaments Neonazis und verurteilten Gewalttätern. Donnerwetter. Annalena Baerbock erzählt beim Demokratiefest, sie sei sich mit ihrem palästinensischen Amtskollegen einig, dass der 7. Oktober auch für die Palästinenser der schlimmste Tag war. Und Robert Habeck teilt mit, die Debatte ums Heizungsgesetz sei ehrlicherweise ein Test gewesen, wie weit die Gesellschaft bereit sei, Klimaschutz, wenn er konkret wird, zu tragen. Tja, wie lange sind wir noch bereit, solcher Art Zynismus weiter zu ertragen? Bei den Kommunalwahlen in Thüringen landet die CDU knapp vor der AfD, die um fast 50 Prozentpunkte zugelegt hat. Allgemein herrscht Freude über den Dämpfer für die Rechtspartei. Es habe keinen Durchmarsch gegeben. Tatsächlich werden die Ampelparteien übelst abgestraft. Grüne 4,1, FDP 2,6 Prozent. Klar, dass bei den Stichwahlen zum Landrat, Oberbürgermeister und Bürgermeister jeweils eine Allparteienfront gegen die AfD aufmarschieren wird. Den Kampf um eigene Mehrheiten hat man längst aufgegeben. Dazu müsste man ja die Themen aufgreifen, die den Bürgern wichtig sind. Das kommt gar nicht in Frage. 111 Gruppenvergewaltigungen in Berlin, gut und schön. Aber jetzt geht man erst mal mit aller Härte gegen das Absingen gefährlicher Lieder vor. 70 Polizisten lösen eine Gartenparty im rheinland-pfälzischen Moselort Krölf auf. Hurra, Einbürgerung auf Rekordhoch. Im vergangenen Jahr bekamen über 200.000 Ausländer den deutschen Pass. Der größte Teil, mehr als ein Drittel, kommt aus Syrien. Auf den nächsten Plätzen folgen Türken, Iraker, Rumänen und Afghanen. Und wenn ab Juni erst mal das vereinfachte Einbürgerungsrecht in Kraft tritt, können sich ja schon mal die ersten Kandidaten für das Amt des Kalifen warmlaufen. Auch der Rapper Abu Chakra, bürgerlich Mohamed H., der die Hamas-Massaker vom 7. Oktober mit »Mein Volk, es schreibt Geschichte« kommentierte, ist eingebürgert worden. Wie war der Spruch der Linken noch? Liebe Ausländer, lasst uns mit diesen Deutschen nicht allein. Zu spät. Das im Januar bei einer regierungstreuen Demonstration gezeigte Banner mit der Botschaft »AfDler töten«, bleibt ohne juristische Konsequenzen. Die Staatsanwaltschaft Aachen hat das Verfahren gegen die Antifa eingestellt. Das Banner stelle weder eine Aufforderung zu Straftaten noch eine Beleidigung dar, sondern einen Obacht-sachbezogenen Angriff im Rahmen der öffentlichen politischen Auseinandersetzung. Brigitte Macron und Elke Büdenbender, die Gattin des Bundes-UHUs, besuchen das Holocaust-Mahnmal in Berlin und werden fotografiert, wie sie sich im Stelenfeld über irgendwas ausschütten vor Lachen. Vielleicht über den Fickstern, als den Steinmeier eben das Grundgesetz bezeichnet hat. Der Messerstecher von Dortmund, der einem Jugendlichen aus der Ukraine fast die Kehle aufschlitzte, heißt Ali und ist erst 13 Jahre alt. Früh übt sich. Der inkriminierte Dancefloor-Hit L'Amour Toujours wird jetzt vielerorts gesungen, sogar von türkischen Galatasaray-Fans, schon aus reiner Lust an der Provokation. Die Polizei hat alle Hände voll zu tun, beschlagnahmt sogar die Smartphones zweier Männer in Magdeburg, aus deren Auto das Lied dröhnte. Ein Diederich Hessling hatte gleich die Polizei gerufen, als er das hörte. Der Witz ist dabei, dass das Ausländer raus laut Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2010 gar keine strafbare Äußerung ist. Ach, sieh mal an. Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesverfassungsschutzes, kann nicht mehr ausschließen, dass er die Korruptiv-Journalisten über das angebliche Geheimtreffen in Potsdam informiert hat. Nicht so schlimm, er soll ja eh bald ersetzt werden. Durch eine Frau natürlich. Die kaspert dann das weitere Vorgehen gegen rechts mit Nancy auf dem Blocksberg ab. Scharjil Khalid, Imam der Ahmadiyya-Moschee in Berlin-Pankow, teilt die Ansicht von Kalif Mirza Masrur Ahmad. Homosexualität mache sich dort breit, Zitat, wo Menschen Schweinefleisch essen, Zitat Ende. Auch die Welt der wissenschaftlichen Theorien wird immer bunter bei uns. In Arlang will ein Mann einem Fitnessstudio beitreten, Weil er aber nicht in die Frauendusche darf, wendet er sich an die Antidiskriminierungsstelle. Und das Fitnessstudio bekommt Promptpost von Ferda Attermann. Man soll er doch Möglichkeiten für eine einvernehmliche Lösung prüfen. Etwa dem Mann, der sich ohne Beleg Transfrau nennt, ein Schmerzensgeld von 1000 Euro zahlen. Eine Gruppe Jugendlicher, Zwinker-Smiley, die wegen unangemessenen Verhaltens nicht in ein Bremer Hallenbad hinein darf, prügelt mehrere Mitarbeiter des Bades ins Krankenhaus. Seit 2017 sind 53.773 Menschen zu 98% Frauen Opfer von Sexualstraftaten geworden, bei denen mindestens einer der Täter Zuwanderer war. Ganz vorneweg Syrer, Afghanen und Iraker, die, siehe oben, unter den größten Migrantengruppen zu finden sind, die nun den deutschen Pass haben. Demnach dürfte der Anteil der Zuwanderer an solchen Delikten demnächst sinken. Ein Nigrer, der eine Neunjährige vergewaltigt hat, ist abgeschoben worden, standesgemäß in einem Privatjet, was immerhin 120.450 Euro gekostet hat. Übrigens nicht der einzige Fall dieser Art. In einer Potsdamer Asylbewerberunterkunft tötet ein südafrikanischer Mann in Frauenkleidern einen syrischen Wachmann. In dieser Meldung ist eigentlich alles drin. Beim Katholikentag in Erfurt gehören zu den thematischen Schwerpunkten neben Rechtspopulismus und Klimagedöns auch Geschlechtlichkeit und Sexualität. Etwa die Veranstaltung Der Leib Christi ist queer und queere Identität als Gabe Gottes. Der frühere CSU-Mann Michael Stürzenberger, der vor einem gefährlichen, gewalttätigen Islam warnt und dafür jahrelang vom Verfassungsschutz beobachtet wurde, wird auf dem Mannheimer Marktplatz von einem gefährlichen, gewalttätigen Muslim mit einem Messer attackiert. Ein Mann sticht auch noch auf den Hals eines Polizisten ein, bevor er endlich überwältigt wird. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl lobt den Polizeieinsatz als hochprofessionell. Allerdings sieht man auf dem Video, wie mehrere Melanies mit Pferdeschwanz Messer weg, Messer weg kreischen, statt den Bastard unschädlich zu machen und sich der Einsatzleiter auf einen Ordner stürzt, statt auf den Täter. Politisch-medial läuft es gerade wie gewohnt ab. Stürzenberger wird als Islamhasser und Rechtspopulist vorgestellt, der wegen verfassungsschutzrelevanter Islamfeindlichkeit verurteilt worden sei. Wird's nach irre, es seien Extremisten aufeinander waffen. Aber das haben wir hier schon. Das kann man doch verstehen, dass so Leimann A. aus Afghanistan ausgerastet ist.